Die Hausarbeit ist im Alltag ein echter Zeitfresser. Doch mit diesen Fehlern sorgen viele unbewusst dafür, dass sie um einiges länger dauert als eigentlich nötig. 1. Geschirr vorspülen Aus Sorge, die Spülmaschine würde schmutziges Geschirr nicht richtig sauber bekommen, spülen viele Menschen ihr Geschirr per Hand vor. Das ist nicht nur ein unnötiger Zeitfresser, sondern auch richtig kontraproduktiv. Denn ein paar Restpartikel auf dem Geschirr helfen, dem Spülmittel dabei besser zu haften und so besser zu reinigen. 2. Reinigungsmittel nicht einwirken lassen Die meisten Menschen sprühen das Reinigungsmittel auf und wischen direkt mit einem Lappen hinterher. Auch wenn es vielleicht wirkt, als würde uns das Zeit sparen. Die Reinigungsmittel nicht lang genug einwirken zu lassen, sorgt nur dafür, dass wir umso länger schrubben müssen. Also lieber die Einwirkzeit beachten und so Zeit und Nerven sparen. . 3. ed. herbien 3. 4.